Step 1 Rehab für eine schnellere Rehabilitation zu Hause. Nach Verletzungen oder Operationen an Sprunggelenk, Knie oder Hüfte wird oft Rehabilitation unter Teilbelastung verschrieben. PatientInnen sollen das verletzte Bein nur bis zu einem gewissen Limit belasten, zum Beispiel 15 Kilogramm. Doch wie fühlt sich eine Belastung von 15 Kilogramm an? Dies alleine zu Hause zu beurteilen, ist kaum möglich. Mit Step 1 Rehab wird es ganz einfach. Es handelt sich um ein medizinisches Produkt, mit dem die Fußdruckbelastung gemessen und überprüft werden kann. Dies kann die Rehabilitationszeit um bis zu 25% verkürzen. Step 1 Rehab besteht aus den intelligenten Step 1 Sensorsohlen und der dazugehörigen App. Die Sohlen werden einfach in bequeme Schuhe eingelegt und messen die Fußdruckbelastung der PatientInnen. Nachdem das verordnete Belastungslimit in der App eingestellt wurde, gibt sie ein visuelles, akustisches oder auch haptisches Feedback bei Über- oder Unterbelastung. Dies gibt PatientInnen die Sicherheit, im richtigen Ausmaß zu belasten und kann die Genesung um mehrere Wochen verkürzen. Step 1 Rehab ist ein medizinisch zertifiziertes Produkt und funktioniert kabellos und ortsunabhängig. Es kann daher bei verschiedensten, auch alltäglichen Aktivitäten eingesetzt werden. Nach jedem Einsatz wird ein Trainingsreport erstellt, der sofort mit dem behandelnden Arzt oder Physiotherapeuten geteilt werden kann. Mit Step 1 Rehab ergeben sich viele Vorteile für PatientInnen. Schnellere Rückkehr ins Alltagsleben, verbesserte Funktionalität, Belastungskontrolle jederzeit, Sicherheit im Training und Alltag, reduziertes Wiederverletzungsrisiko, korrektes und sicheres Teilbelastungstraining für optimale Rehabilitation mit Step 1 Rehab. Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns.